Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der zweite Teil. Ich habe eben in meinem Video gesagt, dieses Video, ähm, bisschen blablabla, what the fuck jetzt nochmal. Hey Freunde, was geht ab? Hier kommt noch ein neues Video auf dem Mining-Panal. Wir spielen Battlefield 4 und das ist der zweite Teil, der heute, heute schon kam. Aber dieser Teil wird wahrscheinlich morgen kommen, am 5. Und, ähm, wir spielen mit der U1GH. Auf, Stumi. Und ich werde jetzt mal versuchen, A einzunehmen. Vielleicht habe ich ein besseres A heute einzunehmen. Ich habe schon ein Feind gesehen. Oh, hi. Wir kontrollieren uns der Einsatzziele ab. Da ist ein feindlicher Panzerjäger, nördlich von dir. Okay. Oh, kein AIM, kein AIM, kein AIM, kein AIM, kein AIM. Scheiße. Ich muss jetzt erstmal mit dem Video reinkommen. Ah, ich habe die eigentliche Einstellung auch anders. Warte, einen Moment. E-Controller. Okay, so. Jetzt muss es besser gehen, wenn man die richtigen Einstellungen abschütteln hat. Ich weiß, klar bin ich der beste Pro-League-Spieler, keine Ahnung, wer hier fehlt. Ich spiele einfach, was mir Spaß macht so. Viele sagen, ja, ich muss jetzt 10.000 Kills machen, aber ich sehe das nicht so. Ich spiele, was mir Spaß macht. Ich spiele, was mir Spaß macht. Ja, ich spiele jetzt auch bald mal Let's Lace-Problem, halt so. Ich habe mir jetzt überlegt, was ist das Suite? Hatte ich ja schon mal Hatte ja schon mal angefangen. Alter, ich habe das Ende gemacht. Das wollte ich jetzt auch noch neu an. Aber ich wollte vielleicht mit einem anderen Teil an. Alter. Ey. Was habe ich denn wie einen Griff drauf? Warum bin ich denn nicht präzise? Äh, das muss ich mir jetzt mal angucken. Vielleicht hat ein Kollege wieder mit meinem... Ja, hat er wieder gezockt. Geil. Danke. Das ist ja logisch. Was machst du denn da? Komm zurück! Oh, oh. Ich frage mich gerade auch schon, wo ich hinfahre. Okay, ich werde schon klären, oder? Ich habe es doch. Ich habe es doch. Ich habe es doch. Nein. Schau mal gerade. Boah, wie in dieser Ahnung. Nein. Hatte er es einfach falsch rumgestellt. Ich glaube es nicht. Und ich fall doch extrem drauf rein, ey. Ich glaube es nicht. Ey, oder? Williger Sohn, ey. A wurde schon wieder eingenommen. Oh, komm, wir müssen jetzt noch mal zusammengestellt. C haben wir. C haben wir. Positiv. Okay, 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 okay. Sieht doch blöd da mit Krüggschock da einer steht, ey. Hat der heute noch mal los? Ja, mointen. Oh, wir kriegen A nicht eingenommen, mhm. Ja, okay, der ist jetzt richtig rumgeträgt, ey. Ich weiß auch nicht, wer wir das machen, ey, oder wie er gemeint hat, ja. Okay. Ich hab ne feindlichten Panzer gesichtet, over. Einsatzziel Echo ist verloren. Echo ist auch verloren. Ey, ja, Panzer. Ey. Was ist mit einem Team hier los? Keine Unterstützung? Ich glaube, ich muss eine Panzerunterstützung geben. Läuft das besser. Ah, jetzt hat die Rakete nicht dabei. Da können wir einen Ball auf und wir eine Zollung haben. Und so haben wir ihre accessiven Unternehmen. saber-weiter raus, sie haben sie gelöst. Und wie gesagt, das ist eine Panzerunterstützung. Und dass wir eine Panzerunterstützung zeigen, mit der Panzerunterstützung. Oh, wir sind Panzer, eigentlich schon. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Bravo überwacht. Was? Was? Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Erstlich von meiner Position. Was? Lol. Ey, das lasse ich mir nicht spielen. Ne. Ne. Was zur Hölle? Ey. Wie viel Schaden hat der denn gemacht? Kann doch gar nicht sein. Nein. Ey, heute den ganzen Tag schon so miese Runde. Ja. Ja, haben wir eingenommen, haben wir eingenommen. So. Jetzt unter unserer Kontrolle. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren. Ey, Klappe dahinten. Ja, war klar. Geil. Aua. Und ein Schrotflinze. Heute läuft es irgendwie nicht. Vielleicht gleich, wenn mein Mate kommt. Aber zu zweit machen ist besser. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren. Ich verstehe diese Fallschirme nie. Ich schau ihn doch an. Was habe ich denn als Teil drin? Vielleicht habe ich noch was Falsches drin. Ja, dann habe ich den. Medik drin. Ja, glaube ich nehme ich mal den hier. Macht mir Schmerz Sinn. Achtung, wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Was? Oh, verdammt. G36. Oh mein Gott, oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.